6 Gründe, warum du 2023 unbedingt dein Online-Business starten solltest. Nummer 1. Im Gegensatz zur herkömmlichen Selbstständigkeit brauchst du kein Riesen-Startkapital von 10.000 bis 100.000 Euro und mehr, sondern nur ein Bruchteil davon. Nummer 2 wäre die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit. Wenn du zum Beispiel ein Restaurant eröffnest oder so, ist dein Restaurant an einem Standpunkt und du musst auch immer von der bis der Uhrzeit geöffnet haben, damit die Kunden wissen, ah, da kann ich essen gehen. Das ist beim Online-Arbeiten nicht so. Da kannst du dir selbst einteilen, von wann und wo du arbeitest. Und das hatte ich ja in meiner Story gestern schon gesagt. Das ist einfach der Hauptgrund, warum ich das Ganze gestartet habe. Nummer 3, weswegen auch wahrscheinlich die meisten eine Selbstständigkeit anstreben. Du bist dein eigener Boss. Du musst auf niemanden hören. Das sagt dir niemand, was du zu tun hast. Du kannst einfach alles frei nach Schnauze selbst machen. Nummer 4, du bist an nichts und niemanden gebunden. Nicht an deine Kunden, weil in einem Restaurant, wie gesagt, musst du darauf warten, dass die Leute kommen und essen. Wenn du Produkte verkaufst, bist du da auch wieder von irgendwelchen Kunden abhängig oder von den Produkten selber. Und ja, wenn du online arbeitest, bist du an nichts gebunden. An niemanden. Nur dich selbst. Nummer 5, du bist niemals alleine, denn es haben schon so viele vor dir den Schritt gewagt und es werden aber auch noch so viele nach dir den Schritt wagen. Deswegen, du hast von jeder Seite hier Support. Du wirst nie alleine sein. Und diese Community ist einfach wirklich eine ganz, ganz große Herzenssache und wirklich eine Familie mittlerweile. Also, und der sechste und ich glaube auch eigentlich der wichtigste Punkt, du kannst dich selbst verwirklichen. Du kannst dich selbst weiterbringen, dich selbst weiterentwickeln, dich selbst verwirklichen und das ist doch das, wonach wir alle streben sollten.